Oder drei oben. Ciao, Paddy. Gleich rausrushen, oder? Ja, ja. Ja, ja. So, Jungs, jetzt brauchen wir einen. Connector, kriegt ein Connector, ist einer. Kleberruppen. Kleberruppen. Ja, hallo. Connector, Connector. Und einer CT. Ich muss nachladen. CT. CT down. Nice one. Ist nicht noch einer Stairs? Einer noch CT. Und Jungle. Jungle. Glaube ich heißt es. Ich plante. Jungle. Jungle, Jungle. Gut, Money haben wir schon mal kassiert. Die wollen jetzt schon einen gucken, Alter. Hey, guck mal, Schnitzel, Schnitzelkeks, guck mal, Onsport meine, meine S, guck die mal an. Nee, ich will ne P, oh, ich brauch ne P52. Keine Echo, äh, nicht ne Echo, ne. Eine MP Round. Ne MP Round, ne SMG. Der P auf B. Was nochmal? B. MP auf P. B. MP auf P reimt sich. Mami, ich kann die Spinnung nicht, weil du mach immer. Sorry, Blum. Ich bleib, nicht raus. Wir pushen, wir pushen. Das ist Zeug, halt. Okay, wir pushen. Wir sterben, aber ich werde... Ja, schwanken. Wir pushen, 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 pushen. Ja, schnellst du, dann bleibst du nicht stehen. Einfach pushen. Ja, wenn ich schieße, meinst du, ich laufe während dem Schieße. Ich blende für oben, ich blende für oben. Meinst du, ich schieße, während dem ich laufe, oder was? Einer war noch, äh, C. Ja, genau. Apps, Moin, wo ist Apps? Kitchen, Kitchen. Wings von mir. Ich glaube, wie Juli ist. Apps, doch, Apps ist was. Doch, Apps ist was. Apps, Apps, Dawn, Apps, Dawn. Juli, wenn ich Apps sage, dann ist das Apps. Ja, doch nicht du ist. Ja, doch nicht du bist. Wie Juli einfach immer sagt, immer, wenn, das ist immer so. Juli sagt einfach immer, wenn ich ansag, wo einer ist. Nein, da ist niemand. So, was machen wir jetzt? Woher hast du das Messer? Hast du das gekauft oder gezogen? Ja, gekauft. Wer? Wer von den dreien? Wir machen, jetzt machen wir mal Mitte. Na, ja, jetzt, wo die Scout haben. Ja, und? Ja, was, no. Mitte ist einer. Ach. Der trifft aber nichts. Ich smoke mal Mitte. Wenn der ankommt. Gegen die A oder B. Ja. Die Smoke. Wow. Schön gesmoked. Wir gehen B. Ich muss was einfach so sagen. Ja. Wollen wir, einer war, äh, gegen Connector. Wir gehen A. Wir gehen A, okay, gut. Grenade. Alter, was ist noch für eine Grenade? Jungle hat 40, hat 40. Down, Jungle. Danke, down. Schwitzel, was hattest du? Bist du AK? Alter. Boah, okay, X, Z, A. Ja, eh, Alter. Hallo. Mit AK geht einfach, geht, Alter. Loll. Geh raus, wir nehmen auf. In der AK geht einfach gar nichts bei mir. Wo ist die AK? Wo ist die AK? Ja, stairs. Connector, einer drin. Warte, ich flash mal kurz raus. Flowing a flashback. Gut. Connector. Geh da echt nichts rein. Schön, Juni. Nimm die AK mit Juni. Ich Ape. Du Ape. Ich Ape. Ich ess das G. Was hab ich denn? Dann mach ich. Scheiße, halt, ich hoffe, mein Speicher reicht. Wieso, nimmst du auf? Ja, ich nehm aber in der vierfachen Auflösung auf wie du. Du, nimmst du den 4K auf jetzt. Ja. Ist ein bisschen. Was auch noch jeder 5, 6. Anschauung. Ich lade sie nicht in 4K hoch, bis du das lernst. Einer ist in Window, drin steht immer noch Windows weg. Äh, by the way, du musst dich in Game reden, ne? Ich rede nicht in Game. Ja, sorry. Ja, sorry. Einer Connector drin, glaube ich. Ja, ich hab vergessen, weil ich hab Pushed the Togger. Ah ja. Gehen wir auch noch B? Einer, äh. Er ist short, einer ist Connector. Cat, einer, Cat. Oh shit. Geht a, geht a, geht a. Einer. Let's hit, let's hit, let's hit. Ja, dann. Ich hab noch keinen Einzigen. Ja, der geht. Ich dachte, ich hab bitte mit, äh. Ich nehm short. Und ging der lang? Weiß ich nicht, einer guckt. Jungle, jungle, bitte. Nice. Und ich wollte gar den Kitchen absmoken. Oh. Ähm. Naja. Das ist mein Trick, weiß ich. Das ist der, der. Naja. Okay, okay, Juli. Wo gehen wir denn hin jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir... Äh, mach mal. Ich geh mir A. Wieso spielt ihr als TM4 ein? Ja, warte, lass mal, lass mal rosmoken. Lass mal sein... Lass mal sein... Leute, warte, schnitzel, schnitzel da bleiben. Seit wann hast du ne... Lightning Strike? Gute Frage. Nächste Frage. Ich geh unten durch. Mit Orange. Jetzt wissen wir, wie sie das sind, was wir da sind. Wir können los. Okay. Das war ne Schelle, oder? Moment, schnitzel, ich flash. Ich flash. Geh weg. Ich flash, jetzt. Ja. Okay. Was war das für ne Flash? Okay, Moment, ich mach nochmal. Ja, okay. Die Flash hat was genützt, Armin Akkoi. Kommt, auf geht's durch. Dead low. Einer low, einer low, jungle, jungle. Ja, für Juli. Ja, jungle minus. Ich will. Jungle 10 HP. Soll ich mir wieder da? Was machen wir? 1,10 HP. Dead down. Nein, die kompetitive? Ey. Ich blande. Dead down. Da ist noch einer. Ja, wir haben gespielt, kompetitive. Okay. Welche steht's? Hier, 0. Geh 0. Für uns, auch in der CT-T. Ja, gleich für den. Der war hinter mir, der hat jetzt die AK gepickt. Nee, hat die Scout hinter dir. Hä? Einer stairs. Ja. Das letzte. Hat SSG, ist wahrscheinlich. Ja, hat SSG. AWP Pikachu. What the fuck? Pass auf, hinter mir. Pikachu ist geil. Ja, AWP Pikachu. Was? AWP Pikachu Strike. Willst du wirklich? Nein. Geil. Nein. Das ist doch schade. Schnitt hat eine AWP, die heißt, äh, AWP Pikachu. Seit wann hast du die jetzt? Äh, äh, gestern, vorgestern, keine Ahnung. Was spiel ich? Ach komm, ich spiel das ja. Hab ich auch neu. Ich hab irgendwie so, ob das war, das ist. Hm, da müsste so, ich kann die Tech, nein, Mann, hier liegt ne Tech, nein, Werbel. Na, ich hab ne CZ. Ey, ich hab irgendwie, die letzten Tage hab ich richtig Bock auf SSG bekommen. Echt? Nein. Wollen wir nachher private SSG üben, muss ich auch. Ne. Lass die Bombe hinterlegen. Ich hab noch keinen einzigen Frack. Na, 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 na. Warte, ich geh vor. Buck, hab SSG hit. Aber ich glaub, der hat, ich weiß nicht genau, ob der einen Hit hat oder nicht. Vielleicht war noch einer. Irgendwo. Boah, der. Ich weiß nicht, Kitchen wahrscheinlich. Hm, hm. Kitchen war, war einer, oh, oh, einer. Jetzt ist Smoke da. Ja, der ist. Ich blette. Smoke war nicht gut. Short ist eine. Ja. Ja, ich hab ne CZ. Hey, Keks, da liegt noch ne AK-Verset ihr haben lassen. Ähm, Short Abo. Short Abo down. Okay, das war schlecht. Oh schon, das F***. Aber ich weiß auch nicht. Degi Kitchen Keks. Yo, scheiße 77, ne, 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 nann. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe hier ein Problem. Degi, Zeph Ich bin. Degi, Zephe, links. Gerti, rechts. Degi, Zephe, links. Degi, Zephe, rechts. Kicks, du hörst echt nicht auf die Calls. Echt, ey? Weißt du dir sagen, Kicks, er geht zu helfen, er geht zu helfen. Kicks, guck weiter dahin. Er geht zu helfen, er guckt weiter. Er ist nicht sicher. Aber die Arbeit fehlt nice. Ich muss immer ein bisschen vertrauen, ja? Es richtet dein Messer nicht so auf mich. Ey, du musst jetzt nicht die Nate ins Gesicht. Ey, welcher Vollidiot hat sich eigentlich bei Sohn einer Tochter verschrieben? Ach so, ich hätte die dir geben müssen. Ey, was hast du gesagt, dass du dabei bist? Bei dem Account Sohn einer Tochter, da hat sich irgendein Vollidiot verschrieben, da steht Sohn einer Tocher. Ich kenne tatsächlich jemanden, also zwei Eltern, die haben gefehlt, den Namen hier so zu f... Wo? Stairs war einer, there is a sound. There is a sound. Oh, ich hole Wunde. Flashback. War dumm. Flowing a flashback. Da kommt einer, da kommt einer oben, da kommt einer oben, da ist. Oh Gott. Smoke. Static. Hier wer... Ach, habel wird... Hier A-K-W wird da unten. Du wirst es zu weit. Jetzt ist es zwei. Oha. Ich fühle mich ein flashback. Schnitzel? Was? Ja. Danke. K Warte Juli hast du schon mal ne Waffe ich hab die von Schnitzeln ich hab Juli einfach schon mal baume mitnehmen du dich nehm baume mit ich komm hoch zu Schnitzeln ja mach mal langsam mach mal langsam der Schäfer des Mocken der Flash raus auf A oh Gott die war dumm also low 90 Alter die sind low 90 das ist unglaublich oh man was die P90 hat uns halt richtig zerfickt das er puste Kicks WTF ich hab gesagt mein aim ist mit AK schlecht du kannst dich ein bisschen hinsetzen du wirst ein bisschen präzifisch oh Gott die sind ja nicht dauernd weil du den Fuß geschehen musst du bist allgemein schlecht nicht nur mit AK dein AIM kann nicht nur mit AK scheisse sein entweder man kann AIM oder kann ich AIM normal ist das AIM passt nicht auf die Waffe an allen na entweder Alter wenn man mit Degel scheisse ist dann heißt das dass man mit allen Waffen scheisse ist dann heißt das einfach dass man mit Degel nicht umgehen fertig Degel nicht ähm Entschuldigung das war wieder dein Trigger ne du warst plötzlich vor mir plötzlich laut du bleib schinten laut du bleib schinten ja ok bleib ich hin also ich das ist schriek das ist nicht meine Waffe Hände ich meine Waffe ja Julian gehst du mal vor ja ja sonst geh ich ganz schnell drauf das nicht in mein B mein B ich muss erst zuerst für die ich bin Karmaburm wow Hater uns das beste Kompliment das beste Kompliment ich bin Smurf Gitchen down Gitchen down Gitchen noch einer ne Egal Egal Ich stuck in der Woche Egal Ich plante Jaja mach das Einer Kitschen also einer kommt gleich Kitschen rein LoL Truck steht da der im Idioten LoL Was Was zur Hölle Truck Ja Das ist auch so ein Problem LoL Verarscht Das sind alle rüber gesprungen von euch Ich hab echt Ich nicht Ich hab den nicht bemerkt Ich auch nicht Ja A nochmal A A mach mal mehr Oh Gott Oh Gott Aber jetzt mal nix machen Nix machen Abwarten 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 Nix machen Ja einfach fischen Er findet das unnötig in der Buytime zu kaufen Einer von denen hat Timeout Mhm Oh Ähm Okay warte ich mach Die Molotow Den Molotow mach ich Ich schieß mal Wann soll ich den machen? Soll ich jetzt machen oder? Weiß ich Okay ist gemacht Ich hab geflasht Okay 3 Du gehst zu Da kam ne Grenade rein Juli nicht von mich Oh Gott Nein Juni Alter was ist das für ne geile Ja nein ich hab den nicht geflasht Warum Ähm Blocker Ja komm einer Stairs einer Stairs Komm an komm des Rosemann Ja ich hab ne Flash-on zwar Ja ich hab ne Flash-on zwar Ja gerne aber Ich kanns nicht Die blocken mich alle Die blocken mich alle Connector Hä die haben aber alles Gunst Scope Waffen gefixt Ja natürlich Ja jetzt ruhig Hä warum war ich da noch ruhig Ne Ne Leute könnte man generell weniger reden Echte von hinten Soll ich viel reden oder weniger oder mehr oder weniger Weil du redest gar nicht mehr Ich hab ne Eko ich hab ne Eko Ich hab ne Eko Sorry Kann ihr legen Okay ich kann legen Was sagst du? Iiiiiiiih die kannst du behalten Ja Da wird die ist wirklich nicht so schön Finde ich nur der Erfahrung bei Schöner Und abgenutzt Darf ich grad noch gesagt nicht so viel reden Doch sind wir nicht im Kampf gewoll Achso Ja Trotzdem es geht ums Prinzip Okay Nein es geht auch um Nein es geht auch um Weint now 6 Dynamite SSG Ja Ich weiss die Meche Wirst du nicht anziehen Nein Weint now 6 Dynamite Weint now 6 Dynamite ja die ssg ist in der mitte ist down leute hab ich schon so liegt die bombe ja guck ja was machen wir ist b frei oder ist b nicht frei b ist kitschneider mittel leise oh gott alter p90 von der seite 188 jetzt wenn der weiner oder sniper ist jetzt nix von der leute 188 hit von denen was macht ihr so sinnlos dass jeder unten macht er das würde mit low er hatte auch low es juckt nicht ob der low hat mich juckt ob er down ist oder am liebsten die kumpe leite sekunden und die bombe ist am arsch der welt gesafen txg safe wenn du ich glaube das ist das ist wenn das alles aus diesen garten der englisch sagen sogar nicht könnte schön aussehen wenn der griff nicht wäre die griff anders also der griff nicht so rot ach das ist es nicht nötig die waffe der hand zu nehmen ne in die waffe die hand ne es ist okay er hat zwei freck so gut Ja ok, du weißt, was du gesagt hast Und du kaufst einfach, sehr gut Keks Wir haben mir Degel gekauft, du weißt ja was das heißt Ich hab mir auch Degel gekauft Wir haben die gleiche Degel Nope, ich hab die Hellfire Ach fick das Ich hab einfach seine Cobalt Disruption kopiert und jetzt macht er die Hellfire rein Oh 22 Bitte leise sein Ok, komm los Ja, ich geh sicher nicht vor, Keks hat vorgedeckt AK Dann nimm du mal Bombe Da ist einer Kitchen, ne? Ja, hab ich ein paar mal angehittet Truck ist nicht Lass mich durch Danke Plante für Ge Ups Oh ja, das sind ganz viele Kitchen Ich versuch'n Ja, einmal steht da genau eine Etage höher, wie geht das? Na, den hab ich noch nicht haben Schort steht, Schort steht Keks Da, aber steht Natürlich Der war gerade am Nachladen, Alter Da kommen zwei Kitchen rein, Gap Ja Drei 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 Kitchen Lol Ja, easy Easy Keks gegen alles, was geht Ja, aber warum machst du so Pistol? Oh mein Gott Oh mein Gott Keks, das ist ein 1-on-1 Ich geh's dir noch Die Bombe kriegt er nicht mehr Ja, ich bin auch down Nogel 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 Sieben Tageban Ja, weil er, weil er Timeout hatte Woll der Noob Aber nice Keks, das muss man Aber nice Keks, das muss man Jetzt zum Surrender Seven Days Shit Ja, endlich mal wieder was halbwegs Gutes hingekriegt Ja, fünf zu sechs, super Mit AK Wuh Habt ihr gewonnen? Nein Noch nicht So Total mit Hoffnung Habt ihr gewonnen? Ja, ich wollte mich für euch freuen Aber ihr seht Superschöne Grenade in Da rein Genau Perfekt 1-1 Weißt du, das Fenster ist extra schön Das Fenster ist furchtbar Das Fenster ist furchtbar Die setzt Der Fenster ist furchtbar Ich krieg's halt nicht immer die Bombe Wenn ein Connector rauskommt, ist Connector tot LOL Ah, einer weg, einer zieht noch Sandwich Einer window No, sorry Ich hab irgendwie Angst, dass einer von hinten kommt Der hat sich von hinten Nein Nein Lol Ja, da musst du dich Angst haben Es ist gleich deine Schuld, wenn wir alle von hinten weg holen Äh, von hinten Das heißt, einer steht jetzt T-Stairs 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 Habt irgendjemand von euch was aufgezählt? Ruben, T-Stairs Das kann nicht wahr sein Kann nicht wahr sein Ich kann nicht planten gehen, lol Ne, Sandwich und du dir kekst Ja, unter mir Nein Der war Was? Der stand GetRaid und ist dann von GetRaid weggelaufen Wo stand denn der? Ja, GetRaid stand der Ja Was ist GetRaid? GetRaid Das ist ja Voll Was ist... Wo ist GetRaid? Oh man Ja, da wo bei euch Sandwich ist Achso Let's go Full Rose Rushen, oder? Jo Ja, ja, voll Sowieso keine Chance Ja, easy D1 funktioniert bei mir nicht Ja, easy, ich hatte gerade den 500er Ping beim Laufen Okay, Juli, ich bin gefickt Okay, ich bin gefickt, okay Alter, wieder die ganze Zeit Das ist wie Patty Das ist wie Patty, der ist die ganze Zeit nur... Soll ich die Scheiße jetzt safen? Ja, ne Ne, ich mach die fertig Ja, save jetzt Save 300 Oh nein Okay Ey, Direktionszeit Gangs Direktionszeit war gut Rönt raus, dann dreht er sich um Kann Saibo bitte mitspielen Ich spür dich bitte Weil ich dein Fall Anstatt Schnitt Anstatt Keks Also ich Ehemuten das Leben noch Alter, ich bin besser als Rivals Also bitte So schlimm kann es nicht sein Sorry Bin ich... ja Glaub ich gehe in den Shoppen einfach während des Matches Oh nein Das darf nicht wahr sein Warte aber... Oh, das ist... ah lol Das ist... Ja, da ist ne Arme Moment, kann ich die AK kriegen? Kann ich? Kann ich? Dann gehen die aber nicht mit den Augen wieder hin Ne, aber ein Messer, wenn dann... Oh oh, oh oh Der Keks, gib mir die Bombe Schnitzel, wo bist du? Ach... Ich glaub ich, dass du die AK kriegst Na komm, Leck, komm Ich glaub einer hat so einen Checker Ich hab die AK bekomme Ich hab die AK bekommen Mennen, 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 Mennen Mennen, 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 Mennen Wo ist Blau? Wo hat er denn? Die sieht doch eigentlich ganz geil aus, die Wrestling Okay, ich gehe mal raus Ich geb die Bombe Gebraucht zu da Hm... Neb uns... äh window etwa julie du hast die scheiße ja gute idee daraus ja ja julie sowieso die bombe und die und ist da nicht mal uns 12 sekunden ja es ist sowieso die gesellschaft wenn es letzte runde er muss nicht helfen die er gar nicht das war ja drittpester okay ich bin jetzt vom ersten platz richtig nach unten gesungen ich habe irgendwie immer noch schnitzel auf dem ersten platz gesehen habt ihr tone bei euch gesehen offen auf dem bild bett 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 okay mann und ich hätte er hat hatte die hohen grad gesehen und er hat sich in der war bei mir eigentlich mit dem ganzen körper hinter der wand und zwei letzten gehen auf b das macht es ist aber es ist eine 3a apart wie ich das so nennen wieso ist einer schon bei ct miche behindet ihr ja weil er über mittelde und zwei aufs port zwei aufs port hä was macht ihr für eine scheiße kids was machst du eigentlich wenn ich sag 2 aufs port alter ja was macht ihr ich habe keine muni mehr aber ja ich kann es probieren deswegen nehme ich eine g18 aufs port ich habe auch den schenken ich habe auch den schenken ich kann dir fahren trocken ich hab mich schon gefeckeln hehehe Farmas gegen UMT ja ich kann sowieso jetzt nicht... Leute ist das euer scheiß Ernst? immer! warum wechselt ihr jetzt den Spot? die kommen underground einer ist laut auf ähm... Apartments E nice one gelb unten oh ja Ernst? gelb unten nicht da ja chill doch man Jungle ist doch einer die werden da nicht kommen wie? wie kann der Schnitzel pushen? ja die pushen sich wo kam es hier rum? warum ist niemand B? dann gehe ich diese Runde B die nächste ich war gerade eben schon B warum müsst ihr euch auf Neu aufteilen? wir treiben vor allem B was? oh fuck ja Leute und diesmal kommt jemand mit mir B ja ich bin jetzt man gut dann schau... wer geht jetzt alles B? ja ich und Juli ja ich und Juli und ich gut dann gab ich mir jetzt AWP und ciao A und diesmal verschiebt... und das nächste mal verschiebt niemand ne ich gab mir noch nicht AWP ja ich gehste erst schnitzeln ja ich gehste erst schnitzeln oder du gehst geht niemand ähm mit zu gucken mit der einer mit der einer die schießen wir durch durch das Holz oh AWP einer hat sich wahrscheinlich Nate geschluckt ja wenn ich da hoch äh gelb versuch den zu nehmen hier AWP äh Sniper Down Down ran wo war's? ich könnte Hilfe gebrauchen wie viele sind da? einer bei einer 77 hit bombe 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 ist äh ja ok einer low HP noch Leute lol der ist ding einer hat load beim anderen anderer nicht da wusch gelb da best promise underground dann lass ihn rauskommen lass ihn rauskommen lass ihn rauskommen lass ihn rauskommen mit smoke der ist auf A ne? äh der ist auf A ne? letzter A nice da liegt ne AK wo ich stand nimm ne AK mit Schnitzel kann sich jeder kaufen? ja ja gut ich geh wieder ich auch wer war mit mir B? ich Rivals ich schau wieder Mitte gehst du wieder auf Van drauf oder? ja ich geh wieder auf Van ich smoke trotzdem mal gell? ja du kannst ja trotzdem smoken ich predikte dann durch die smoke ja ich bin zu dumm ich bin zu dumm ich seh B nix äh A ist auch noch nix ich hab die Vermutung auf underground was? ich hab Vermutung auf underground aber leider noch nicht A auch noch da kommen welche da kommen welche auf A A kommt A kommt ramp 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 zwei Leute bombe gespottet komm weg bombe gespottet ah LOL ah nice LOL ok so langsam kommts wieder Tandwich get right oh fah oh schön du musst auch ein bisschen get right schön bombe geht zurück über äh spawn ja wir pushen bombe ja bombe pull er hat 42 hits wir pushen bombe nicht hier ja komm wir an hin ja dann geht bleibt ihr zwei zwei ich und mich ich bleib ich bleib der ist ich hab den nicht gesehen wie er weitergelaufen ist will dein lebe du mederwaltiges stück der kommt über apartments A nice doch ein bisschen apartments ja wie nennt man denn das? Palace oh Palace ok du es dann also das A Apartment ist ja bei B ok könnt ihr auch auf schießen nein nein SSG danke ich geh wieder A ey du hast auch ne ACED Fade läuft so äh Juli ich konnte nicht mit auf A äh B ach doch kaum SSG B easy ja ich mach mit so gut wie möglich aber sobald ich ja sobald ein S verschiebe ich sobald ich eine A sehe dann geh ich weg gelb dann könnte wieder eine A bestehen denk ich da kommt wieder eine ne ne ich bin schaum äh scout oder was auch immer sag einer man wir haben nix noch nix B haben ne Flash B ist raus ja B ist raus B ist Bombe komm mal komm mal komm mal komm mal komm mal scheiße einer hat einer hat einer hat SSG hit glaube ich hast du das gesehen Juli mhm bleib wer ist ventiliert wer ist ventiliert einer müsste Van sein schätze für uns einer war fuck ah fuck Vansch ist Vansch ist der ist bei dem Auto keine Ahnung Van Van ok warum bewegst du dich alter geh los lol ne nix lol die wissen wo du bist äh kekseleitet sich mal am besten ein statisches crosshair holen weil damit er sieht wenn er sich bewegt weil da geht das crosshair auseinander jup ich geh mal kurz weg ich hab keinen was bist du ne ne ich hab eins ich kauf mir AWP äh eins was sich bewegt wenn du laufst nein hab ich nicht eb ja und ich soll eins haben sich bewegt ja weil du schießt die ganze nette und läufst dabei er 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 bitte warum verschiebst du die warum verschiebst du die steppst du juli ja wir können sich jetzt hier an mich vorbei mir zuerst nichts soweit ich sehe ich habe lobby durch underground bombe underground ich schaue trotzdem noch an ich decke hinten äh da ich habe sie gerade eben die stelle des seines lebens verpasst äh ich weiß nicht mehr es gehe einer b apps 2 einer hat äh ne waffe gepickt natürlich einer kommt einer kommt zu mitte rein bei der ja verschieb nicht alle zum gegen jungs seid ihr alle schon mal weg der ist ne tschüss da liegt der m4 falls du willst links ne vorne hinten hinten hinter den kisten hinter den kisten ja gut dann halt nicht oh Moment ich schwitze mit dir er könnte es leider erst kommt was ist los egal es ist mein catwalk ja sorry ich war ich muss kurz kurz hyperwindow schnitzeln sag bloß du bist auch nicht multitaskingfähig äh doch schon halb deine Frist ja geht zu A okay kannst wieder reden sorry nein 3 3 1 oh Leute wir haben das wir haben das gewonnen ja ich hab das gewonnen nein wir haben das gewonnen ich hatte ja Most Illumination obwohl ich nur eineinhalb getötet hab ja ich geh mit zu gucken Post Illumination dies ja geh ich nicht mit zu gucken schnell sein geh du wieder ja die hau die SSG äh auf B geh du auf short einfach geh auf short fuck die pushen gleich da Juli ja ja da sind alle B alle B Bombe habe ich glaube ich zumindest gesehen gut dann verschiebe ich auf B dann würde ich jetzt sterben einer ist durch einer ist durch geschwungen habt ihr ja wer hat Bombe noch nicht mehr gesehen einer ist Van ich verschiebe wieder auf A Van hat A Van hat starken Hit Loh Loh ich hab durchs Bombe down B ah ok ich komme wieder wo da drin das ist irgendwo ne Awe ich hab die Awe hm ok da Juli hier ist clear hier ist clear ich hab alles äh ich äh wo hab ich den da ist smoke fickt hey nehmt da mal die Akadiment alles ok ich finde es voll unsinnig dass man da oben nicht drauf kann ohne Spaß ich hab neun Assists ja Juli ich hab auch neun Assists bei mir liegt das Zeug wenigstens wenn ich dann schieße zu und Keks ist am am wenigstens gestorben bitte was ich will immer mit äh am meisten und wie ist das immer so immer bin ich der der alles immer so n Schutzschild wa wa warum ähmt ihr jedes jo jede Runde jede Runde ähmt ihr einen anderen Spot ab ich ähm immer den gleichen ich bin jede Runde auf B Ja, rede ich mit euch? Ich rede mit meinen Armys. Sorry. Ich bin einer von deinen Armys. Eben! Einmal stehst du. Einmal stehst du. Ich steh eigentlich immer da oder stairs. Warum der jetzt auch stairs steht, keine Ahnung. Jetzt bist du zufrieden. Ja. Bombe? Keine Ahnung. Underground, whatever. Doch, Underground. Ja, Mitte. Push. Okay. Bleib Mitte ein Underground. Ich bleib auf B. Was? Äh, wer hat Sniperwinder aufgeschlossen? Ich. Ich bleib auf B. Okay. Bitte noch einer. Bei mir zwei. Geht direkt rechts. Von dir aus. Okay, wo ist letzter? Letzter. Weißt du? Weiß ich nicht. Ich hab's jetzt savet. Lass uns savet. Oben. Okay, der jetzt, warte. Nice. Nice one. Soll ich AWP aufheben? Äh, ja. Die Frage musst du eigentlich gar nicht stellen. Nein. Wenn wir teilweise, das habe ich mit einem anderen Netz, dann rennen wir hier zu dritt mit AWP rum. Echt? Ja. Wieso kommst du Outer? Hier kommst du! Ja, Judy, weil es letzte Runde ist es wahrscheinlich. Ich habe meine Aufgabe. Full AVO oder Autosniper Team, ja. Ja. Super. Ja, Autosniper. Wenn wir die Runde verlieren, sind wir back to eco, ne? Da kommt der AVO. Was machst du, Rivals? Du hast Autosniper, Alter. Hi, Marvin. Äh, da ist was drin. Rivals? Ich habe Marvin getötet. Bin ich gut oder bin ich... Geiße. Ah, Marvin, war aber du braun. Smoke. Oh. Underpass. Was? Ey, ich wurde ja von der Seite... Äh, die picken, äh, pick, äh, die picken Autosniper. Vielleicht. Die Aims hat beide, also ist die gleiche Scheiße. Wenn die Mitte sagt, wo die Autosniper... Mitte. Wie soll deiner sein, Keks? Wie? Es kann sein. Man, nein. Mitte. Mitte. Einer ist unten. Deploying Flashbackers, dem wenigstens meine Pikat. Was ist unten? Ja, ich mal... Ich rede mit... Drakes. Ja, ja. Rackus. Sag doch bitte trotzdem, wo... wo unten ist. Undercron-Vereinung. Grenade out. Undercron-Vereinung. Drakes, ich hatte links von dir Steps gehört, also so links unten. Wer einfach nach rechts guckt, instinktiv. Geh, Juli. Na? Der läuft! Was ist das? Was? Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich habe was gehört, aber... Ich habe den auch... Ich habe den gesehen, wie der... Was ist der JVP? Ah, Sigi. Oh, ich bin abgerankt! Bazinger! Oh, meine Schulter! Ja, komm, ist gut, ne? Ja. Ich war für den Kiki. Die kleinen, arischen Kinder. Ich fühle mich geirrt, dass ihr mich Smurfnet, aber muss euch unterscheiden. 99, Murph-Barrons, wirft doch Michael Jackson ab. Was? Ich spiele dir nochmal Hugo. Das ist alles auf der Aufnahme. Spielt ihr noch weiter? Äh, ja.